Herzlich willkommen hier mitten auf meinem Kanal. So wir nehmen euch ein paar Runden mit mit dem flotten Erik zusammen heute. Guten Abend. Also komm. Ich bin der Typ mit den Waffelrezepten. Martin kennt dich, einer meiner Stammzuschauer. Ich grüße dich Martin. Sonstige Tipps, Anregungen und Rezeptvorschläge bitte in die Kommentare schreiben. Danke. Ganz kurz AFK, ich bring dir weiter. Oh Mädels, ich sag euch, das war eine lange Woche. Freitag. Lang waren wir nicht mehr heute, aber wir haben gedacht. Ich bring euch ein paar Ründchen mit. Und ihr seht, wir sind auf Yorde. Wunderbar, wunderbar. Meine Güte. Weiber. Okay. Ich fahr hoch. Ich mach mal einen Butter von der Halbwinsel. Also einen Sniper von der Halbwinsel. Wir haben zwei Klicker. Vorsicht. Seht ihr das, Leute? Das ist der Chemnitzer FC. Soll ich wirklich mit dem Chemnitzer FC mitfahren? Was meint ihr? Ich kenne den Klub gar nichts. Ich glaube, ich bin ein Fußballklub. Willst du mit dem Chemnitzer FC entfahren? Nenn sein, sein Mitgliedsname ist Chemnitzer FC. Das läuft ja. Und der Broketto heißt Papa Erik. Ich wusste gar nicht, dass du Vater geworden bist Erik. Papa Erik. Oh Mann, ey. Du in fünf Jahren wahrscheinlich. In deinem Broketto, weißt du? Ja, ich hab grad gelesen. Na toll. Jetzt pushen die da an der Ecke und ich krieg nichts vor die Flinte, gell? Ja, toll. Oh Gott, die echten Deck hochgequillt. So. Heute, Schwede. Ich bin ja so ein Hybrid, weißt du. Aus mir kommt dann ein Tigerchen. Da freue ich mich. Das ist schön. Action X in der Mitte und der LP geht sonst wo lang. Geil, ich geh nichts vor dir auf die Nase. Ach, krumm. Ja. Papa Erik, du weißt, dass wir zwei Art hier haben. Ja. Ja. Also Isho, ob der es weiß, weiß ich nicht. Dann fahrt halt zurück, ihr... Wie bitte Leute... Kann ich mal schreiben. UMI. Danke, wie... Ach, krumm. Zwei Schüsse, kein Treffer. Komm, ihr werdet doch wohl oben am Hill die Leute zu Lack kriegen, oder? Problem sind die TDs, die da immer hinten drin stehen. Wirkungstreffer. Die machen jetzt nicht wirklich die Schlucht auf, oder? Oh, nein. Leute. Brrr. Steine ab, oi. Steine ab, oi. Brrr. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Na, fuck. Ah, nur eine Delle. Geht. Was mit Papa Erik, ist er schon tot? Ja. Was will diesen Scheiß-Tiger? Ah, fick dich doch. Das muss wehtun. Das muss wehtun. Wirkungstreffer. Kette. Willst du mich verkackeiern? Kette auf dem Platz? Indien? Was ist das, komm her. Mann, dieser Scheiß. Alpha immer. Nein, wo ging der Schuss jetzt hin? Wirkungstreffer. Oh, Gott sei Dank. Nein! Nein! Ja. Und... Klar, er ballert wer tief, der... die Su-100. Su-100 ballert wer tief, ich glaub ich kotzt. ... ein Sack-Gesicht. Ehrlich war... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Schreikraft, das ist wieder schon wieder. Krach deinem Magenhäher und du führst alles zusammen, die blöde Pritschen. Triffst du jetzt diesen... Boah, jetzt triff doch mal! Da kommen die blöden Camper dahinten. Eine unserer Kenne ist zerstört. Wir sitzen fest. Ich sehe sie nicht mehr. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nee, nicht wirklich. Kuppel, Kuppel. Komm an der Luke. Komm nicht durch. Wir haben sie böse erwischt. Hält sie euch grad Stahlwand aus? Kann das sein? Ich komm nicht durch! Was ist denn das für ein Dreck? Wir sehen kaum noch was! Kettenrad vorne! Komm nicht! Jetzt! Heieiei, Mensch! So, Burschi, das war's mit dir. Wo schiehst du denn jetzt drauf? Auf die Kuppel, oder? Kuppel, ja! Ja, sag ich doch, Kuppel! Jaaa! Ich bin trotzdem zweimal gebounced! Der scheiß Kuppel da! Leute, das war Spannung pur, ne? Jawoll! Weil wenn man nicht schießen kann, gell? Schnauze! Ich bin ja ein Feierabendspieler. Ich muss zwei, dreimal auf die Kuppel schießen, dann treffe ich sie. Ich hab sie auch einmal, zweimal bin ich gebounced. Ich hab die falsche Kuppel genommen, nur rechts. Ich glaub, man muss die linke nehmen. Keine Ahnung. Nee, das ist aber wurscht. Bei der rechts bin ich durchgekommen. Ah, erste Klasse! Sehr gut! Ich mag meinen T26. Also, das ist übrigens ne Kaufempfehlung von mir. Wenn ein Premium sucht, nen Guten, der verlässlich Kohle macht. Nimm den! Nehmt den, Leute! Mach du mal, Erik! Ah! Okay! Mach du mal! Aha! Ich will halt auch nochmal einen fetten Achter im Bagage stehen haben. Aha! Ich bin froh, wenn ich auf dem Ding wenigstens schon die 15er dann hab. Ja, ja. 12er, 15er. Ich kann mich so ordentlich austeilen. So, was esse ich jetzt? Guck mal. So, zwei Arti nur für den UI. Das ist jetzt die Strafe. Ach, er ist scheiße. Und er steht auch auf dem Feld mit seinem UI. Mit seinem Hochhaus. Wisst ihr was, Leute? Ich fick mal die Nuller-Runde. Äh, ich fahr mal die Nuller-Runde, äh, die Nuller-Linie runter. Nee. Soll ich YOLO machen? Nein, mach keinen YOLO. Lass den YOLO, den AMX und den T50 das erledigen. Pfff. 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 Ich schnuppere mal in die Stadt. Mal sehen, was mir dagegen kommt. Guck mal, Leute. Wahnsinn, oder? Wahnsinn! Was für ein Gerät! Und wenn ihr das noch nicht gebusst habt, Team Damage ist nicht mehr möglich. Auch von groß auf klein nicht. Haha. Guck, guck. Aber das war echt überfällig, dass sie den Scheiß abgeschafft haben. Ja, gut, was heißt den Scheiß abgeschafft? Ich meine, wir waren bescheiden, wenn du im Sniper-Modus warst und der, der Kamerad hier vor die Plinte gefahren ist. Und du hast ihn mal auf gut Blinten und Muni-Lager gezogen oder irgendwas. War dann immer doof. Ja. Ach, ist das denn eben nicht schön. Aber im Normalfall passiert da nix. Im Normalfall. Ja, seit du hast keine Leute, die dußen und Pascal dabei. Aha. Ups. Ich glaub, wir haben mal geparkt. Das schöne Blockhaus, du. Alter, gondeln die alle echt auf der 910. Die Linke rum. Ach, ich schieb mal. Ach, hör auf mich anzupumpsen. Hahaha. Hahaha. Die Toe macht nix. Uff. Wir könnten sogar in den Cap reinfahren. Hm. Hm. Aua, AT-29. Gepasst. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich war es nicht. Aua. Da bin ich wieder. Hallo. Mann, bin ich. Ich geh ihm jetzt auf den Piss. Sag mir, wenn er geschossen hat. Sag mir, wenn er geschossen hat. Wenn er geschossen hat, bin ich tot. Das feige Stück ab. Schieße mir in den Arsch, ja. Was? Bin ich durchgekommen. Hau auf mich. Wollt ihr mich verraten oder was? Ja, mit AP, du Bastard. Ich glaube ich kotze, oder? Wollt ihr echt mit AP auf mich? Scheiß, was fickt das Siebener. Bastardo. Bastardo. Komm, Mr. Italia. Dann,ミ간. Zauerkette. Und tschüss. GGGD. dalassen Weilersee. I'll belock'n Irwin. Gebrauch. Ach scheiße Huch Ladies and gentlemen Das war gar nicht schlecht Sechserpanzer I do my very best And the best is not enough This is the last try To try to speak English On my channel Hey, do you know this smiley With the face Hand full of the face Guck mal hier Ich in dem Cromwell Stufe 6 Top Damage Leute Das sagt ja wohl alles, oder? Ja Mich hat das Chitou mit Gold gepflastert Also halt's Maul Alright Achter Mach mal Okay Dann nicht Ach der mit seinem T10 Ich habe auch noch das Objekt 257 im Repertoire, ne? Das ist der 9er, den finde ich auch recht interessant Wir fahren vom Norden Gott Vom Norden fahre ich eigentlich ungern in die Heavy-Ecke Muss der nicht Oh Gott Objekt 257 Oh, 705 Ach, leck mich doch Ich mach aber Ähm Wir haben zwei TDS Ne Ich mach einen auf TD Soll ich singen auf meinem Kanal? Schreibt's mal in die Kommentare Soll ich mehr singen? Woll ich dazu irgendwas sagen, als wir in den Clang kommen? Als wir in den Clang kommen dann? Ah Nein Das Leben ist doch verdampft Fucking zu kurz, ey Du hast die Schweizerin schon nicht ertragen, weil sie geschnappelt Jetzt müssen wir dich ertragen, oder wie? Schatz, wenn du das siehst, ist er jetzt nicht so gemeint Nein Die kommen hier runter Der LP ist in der Schusslinie Ach, Krum, echt jetzt Oh, nee Als Russenganz Russenmüller Aber Hier von 70 Immer Bastard Aber Da ist er mehr Sehr viel mehr Oh, Baby Ah, ja Klar Ja, ist recht, alle Echt jetzt Fackelt mich ab Die Suche Wird mich verkackeiern Ach, komm schon Ach, komm Na Echt jetzt Am besten können sie ja durch deine Suche schießen Am besten können sie ja durch deine Suche schießen Ich hab mir letztens mal ein Replay angeschaut Von World of Tanks selber Da hat einer seine Maus gefahren Und hat von den 14 Gegnern noch 9 rausgenommen Nicht schlecht Da denken wir auch schon Das schaffst du nie im Leben Hm Den Und der zweiten Senke drin Dahinter Das ist ausnehmen ach so, okay hm dann können wir den Link bitte welchen? welchen wohl? was machen wir denn gerade? Weltkarte? nein ich hab den Streaming-Kanal nicht glaub ich nicht warte, meine hast du da irgendwo eingefügt gehabt, gell? oder was? ja, ist gut, Freund ah, Löchen du wirst aber schon, dass ich hier gerade Gangbang mache, oder? der Mutz nimmt sich gleich ganz knall von hinten wir haben eine Kette abgeschossen wir schreiten fest Wirkungstreffer Kette wurde geschlossen Sie haben uns ach ja was willst du machen? ich wusste jetzt, als ich vorgefahren bin, da geh ich drauf schau mal hab's trotzdem getan Link von meinem Kanal das Ding von deinem Kanal, genau hast du mich nicht abonniert hast du mich nicht abonniert? lassen hä? hm? oh Gott die Runde war jetzt nicht so tolle YouTube-Channel ja ich dachte, du machst live hä? nein, ich nehm grad auf ich lad's nachher hoch ich bin nicht live wieso? meinst du mit dir geh ich live? nein, nein hütz'n auch wie viele Abonnenten? 40 Abonnenten hast du schon ja, Wahnsinn mhm ja, aber das hat drei Monate ja, es dauert ein bisschen kommt schon hängen wir noch eins dran dann kann ich's hochladen die ersten zwei waren gut das war jetzt sagen wir mal reden wir nicht drüber genau hör uns jetzt rein achte, oder? komm, fall ja, mein sexy schau mein nicht vorhandenen Totschläger ich hab das Ding mit der 15er ausprobiert das ist echt übel mit der 15er oh aber in Teamgefechte und so weiter was wichtige Gefechte sind dann nimmst du doch lieber die 12-8er mit mhm auf dem Ding das ist Wahnsinn das ist ein himmelweiter Unterschied ja, das stimmt ja wobei die 15er die haut schon ordentliche Schellen raus also wenn du ordentlich triffst dann kannst du auch immer one-hitten aber das Risiko in Teamgefechten und so weiter ist dann doch zu hoch nicht ganz ehrlich das kannst da brauchst du nicht riskieren das passt ja keine arti das müsste dir gelegen kommen oh Gott schau mal wie schicker ist ich mag die map nicht so wirklich na Leute ne ne mit dem Ferdi stelle ich mich in den in den in den Geschütz-Ring da rein und ries auf die Heavy-Linie mein Schätzchen ein Problem ich probier's mal mal sehen was wird keine klicker und mein schicker progetto ist ja nicht schön die faust gab es für die weltkarte jetzt war ich so mit angucken beschäftigt er hat doch vorhin martin zugeschaut ja was denn jetzt nicht dacht du lügst mich doch an ich bin nicht live live on air online genau jetzt meine posi nicht verlassen ich spiel meinen progetto gerne einfach nur als supporter ja 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bin gleich gesellschaftlich über den Strand, gell? Hm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich zu dir kommen? Du hast selber nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich. Ich werde mich hier erstmal zupfen, weil wenn du das Humor hochkommst... Nee, ich kann ja nicht weg. Krieg ich einen Arsch. Muss ich da irgendwie in Sicherheit bringen. 53er kommt, glaube ich, zu dir. Aber ich muss mal kurz den Typen da echsen. Leute, checkt's einfach. Wenn dir irgendwann nach 100 Mal Ping die Leute nicht reagieren, gebt auf. ... ... ... Nein, wo ist denn der Schuss jetzt hängen geblieben? Ach komm Gut, pick der Schott, schön Daneben Ach komm, das Korb geht echt jetzt? Kann geilen oder was? Jaa Klar, der Skorpion der... Ach, dummer Bastard, geht noch nicht mehr auf, der dummer Wichser, ich kotze ab, ey Gott, das riech ich in den Arsch Jawohl, sehr guter Job Skoda Oh, die sind bei uns in der Base Ja Von der Suh habe ich es gekriegt, von der Suh Die haben sie nicht mehr angekratzt Soh, wie guter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, der macht aber ein gutes Spiel hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut gemacht, Jungs! Der Kanonen-Jagdpanzer ist ein guter Spieler, glaube ich. Und wir haben ein schönes Replay für meine Zuschauer. Good Job! Sehr schönes Spiel! So macht Reward of Tanks Spaß, liebe Zuschauer! Knappe Kiste, gewonnen! Okay! Das soll es dann mal gewesen sein für heute. Wirklich gut zusammengearbeitet. Jeder hat sofort angegeben, von wo er beschossen worden ist. So konnte sich das Team immer gut einstellen. Ja, sehr gut. Hat Spaß gemacht. Das sind diese Spiele, die halt okay sind. Die hätte ich immer wieder dieses Spiel starten lassen. Okay, rechts unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Wenn ihr wollt, schaltet ihr wieder ein. Gell? Bis die Tage, Leute. Erik ist schon weg, oder? Okay, Erik ist schon weg. Sag schon noch Tschüss. Ich? Ja, auch da. Also, bis die Tage, Leute. Ciao.